Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Hedra Zeno aus Sacrifice Schön, dass ihr wieder ein Geschäft habt Wir öffnen jetzt diese Tür Und ich guck mal, was uns erwartet Schon noch mal ein bisschen aufregend Die länger es berendet hat, die mehr sie sich überzeugt, dass es nichts außerhalb der Reach war. Wie wenig uns aus dem, was wir Angst haben. Es ist noch weiter zu gehen. Gehen, 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 gehen! Sigurd's newfound power lässt ihn hear the birds speak. Und sie sagen, Sigurd should eat the heart itself. Reinhard wants Fafner's gold. Sigurd should kill Reinhard before Reinhard kills him. Sigurd should find Brithil, the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heaves the birds' advice. He kills Reinhard, eats Fafner's roasted heart, and takes Fafner's treasure. And he embarks, in a new quest. To ride to Hinderfell and find Grimhild, the Valkyrie. You killed us. You killed us. You killed us. You killed us. We are the Guides of the Hound. We are the Guides of the Hound. We are the Guides of the Hound. Oh, no, the Packel is still on. Okay. Okay. Die Hände kennen wir doch. Oh Gott, könntet ihr das durch so eine enge Tunnel kriechen? Ich hatte so eine Panik da drin. Jetzt geht die Dings wieder aus, oder? I'm coming for you! I'm coming! I'm coming! Dillian! I see you! The beast has Dillian! No! You're not taking me or kill me! I won't be a second. I can smell you. No! You betrayed your thoughts. I am leaving with him. You killed your back on me. That is why Dillian brought you down. You have to fight. Fight! Dillian! 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 Hanging Ilix Amkar? Dillian! 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 W прошлens! Dillian! 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 Was ist die B? Was ist das? Uh... Woop. Ist gut. He's puking. Oh. Ist wieder... Was ist das Blut? Geh auf, quick! Come on! She's hurt! She won't make it! Do us! Es ist die Perspektive! Quickly, get up! They're coming! It's not our fault! It's not our fault! She can do this to me! You ready? Huh? Alles normal? Fend yourself! Can't do it! Let's go! It's nothing! Oh god! I think she's over the world! I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry! Cool! She's over the world! How can I get out of here? I'm so sorry! Ich bin gerade so ein bisschen wie in einem Kampf gegen den ersten Boss, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich machen muss. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich hier mache, was ich hier füge. Ich weiß es nicht. Verletzt ich ihn? Tut ich es nicht hier irgendwas? Ich weiß es nicht. Die Dinosaurier? Die Dinosaurier? Was ist das denn? Ich sehe nichts. Ich weiß sie auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das, was sich in Marvel was bringt. Oh mein Gott. Take me, auf. People think of evil as an unnatural, invisible force. And so invoke the guards for protection. But evil can come from the hand behind the guards. A familiar hand. Cold and cruel. Er versucht ihn zu fixen, mit seinen Rituals zu verhindern. Er hat ihn in die Haube gehalten. Er konnte nicht sagen, was es besser war. Die Dunkelheit. Oder die Monster, die ihr Vater hatte. Er konnte sie nicht finden. Er hat ihn beide. Und so, sie hat sie, um die eine Rache der Licht aufzunehmen. Wenn sie bleibt, sie würde nicht überleben. Aber... vielleicht Delian würde noch sein. Entschuldigung, mein Lieber. Sie wird seine Haube geben. Sie wird seine Haube geben. Auch wenn diese Zeit, sie kann nicht seine Haube geben. Entschuldigung, Senua. Ich weiß, Sie haben keinen Grund für mich zu vertrauen. Aber ich glaube, Sie haben keinen Grund für mich zu vertrauen. Aber ich glaube, es war meine Aufgabe. Es war meine Aufgabe. Es war die Dunkelheit. Ich hatte eine Zooverirte womb. Ich lerb verbreite empres Jennifer, der achten ein bisschen zu钟 nach unten. Sie waren viele insultingन Stories, aber Sie nan prochaine überhöre dich. Sie wollen uns diese Haube geben. Sie werden ihren gỉnen. Und nehmen mich an den Niemissern wie die Erlösse. Ja. Sie haben mich festgestellt. Sie werden sollten in Ihnen alles zugeben. Sie Rajiv hat ihn im Glück. Sie werden nur nach Baden vorlesen. Sie weiß, dass sie nicht überleben wird, was da drin wartet, aber sie möchte dahin. Was fliegt da? Ich muss die Fischung aufnehmen. Was für mich? Was ich wundere? Ich bin so sorry. 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 Es ist bei der Noen. Hanna? Hanna! Hanna! Hanna, Hanna, Hanna. Hanna, Hanna! Oh, oh oh! Mother, I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the Gods. I can feel Hannah's gaze searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Delia. I will fulfill my vow. Whatever the cost. No one comes. She must fight or she must come back. There is no reason. There has to be a... I think I have to go here, right? Then I go first here and look. She is strong enough. She is strong enough. She is strong enough. She is strong enough. She has defeated her twice. The Northmen say the world will come to an end. They call this... Ragnar. The destiny of the Gods. First, there will be a terrible winter. Three years long. Then... Mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death. And people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children flayed. The world will fall into ruin. Hela has defeated her twice. And she will do it again. Hela is powerful. No one defeats Hela. Hela, Hela, Hela. Hela, Hela. Hela, Hela. 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 Thla. Wil you all set the right path? ting Hyah! Hela. Nut what the thing is there? Oh yes... Ähm, vielleicht muss ich hier später lang? Ach nee, ich muss die Brücke reparieren. Ah, ja, okay, ich verstehe. Äh. Warum fokussierst du... wieso reparierst du... jetzt. Das hat's angefangen. Äh, ja. Also war es halt doch irgendwie der richtige Weg. Wir mussten auf jeden Fall hier hoch, um die Brücke zu reparieren. Die Frage ist, ob ich jetzt weiter vorne schon was verpasst zu reparieren. Die Frage ist, ob ich jetzt auf jeden Fall verpasst. Die Frage ist, ob ich jetzt auf jeden Fall verpasst. Die Frage ist, ob ich jetzt auf jeden Fall verpasst. Ja. Wenn du dich nach oben erzählt hast. Es war tatsächlich eine Arena, aber auf dem Rückweg. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, die Zeit ist schon wieder rum. Gut, dann reparieren wir in der nächsten Folge die Brücke weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne, macht's gut und bis morgen. Bye, bye.